Ja, es geht ums Thema Filme. Klein und kompakt ist dieses Spiel Top 3 Film, heißt das, von Kosmos Spiele. Okidoki. Dann starten wir mal in die erste Runde. Als erste Kategorie die Filmlänge. Also es geht jetzt darum, die drei Filme von dem kürzesten nach dem längsten Film zu ordnen. Und es geht um die Filme Vergissmeinnicht, Der Schatz der Sierra Madre und Das Schweigen der Lämmer. Der Schatz der Sierra Madre, Hamphrey Bogart, steht da. Ja, klar. Das war mir nicht klar. Nö. Und Das Schweigen der Lämmer natürlich. So, jetzt müsst ihr euch überlegen, welcher ist der kürzeste, der mittlere und der längste Film. Alles verstanden? Schauen wir mal. Ich habe meine Kommentare zugewählt. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ja, wie lösen wir das auf? Ich will in den, wir einfach gucken. Also korrekte Kombination wäre 2, 3, 1. Hat das jemand? Nö. 2, 3, achso. Nee. Achso. Korrekt. Nee, andersrum. 1, 1. 1, nee, Entschuldigung, ich bin von langer Kurz. 1, 3, 2. 1, 3, 2, ja. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.